Herzlich willkommen zu unserem ersten Teil von Märkte und Trends hier beim Aktionär. Ich habe vom Märkte und Trends Team Samir und Andreas bei mir im Studio sitzen. Hallo ihr beiden. Grüß dich Boris. Das Thema der heutigen Sendung ist, fällt heute die 1000 US-Dollar Marke bei der NVIDIA? NVIDIA wird heute nachbörslich die viel erwarteten Zahlen bringen und wir werden uns einen weiteren Blick auf die Tesla werfen und uns die Frage stellen, ob Tesla weiterhin ein Kauf ist. Natürlich ist die Nestec 100 momentan auch auf einem Rekordhöchststand. Da wird heute Abend die NVIDIA auch nochmal einen Einfluss darauf haben, was mit der Nestec 100 passieren wird, da es ja ein absolutes Schwergewicht wird und das beeinflussen kann. Dann lass uns doch direkt mal anfangen Samir mit der NVIDIA. Nicht nur, dass ihr da auch beim Märkte und Trends Team positioniert seid, sondern ihr euch natürlich halt auch gespannt die Frage stellt, wo das dann heute weiterhin gehen kann. Und ihr beide habt natürlich auch noch eine persönliche Wette laufen, was die 1000 US-Dollar bei der NVIDIA betrifft. Genau, erstmal nochmal hallo Boris und hallo liebe Zuschauer und liebe Zuschauer. Schön, dass ihr so weit reingeschaltet habt. Wird auf jeden Fall ein spannendes Thema oder ich denke, das ist das Thema schlechthin für den heutigen Tag. Nach Börsenschluss, wie du es schon eingangs bereits erwähnt hast, erwarten wir ja mit Hochspannung die Zahlen von NVIDIA. Das wird im Generellen ein Highlight werden, weil wir einfach diesbezüglich dann weiteres Feedback bekommen, was den Gesamt-Tech-Sektor betrifft. Aber jetzt nicht nur im Text, sondern alles, was mit dazu gehört. Das Thema künstliche Intelligenz, das Thema Rechenzentren, Datenzentren, also alles, was so damit zu tun hat. Grafikkarten bei NVIDIA sowieso. Aber auch der Bereich Gaming, das wird auch mit Sicherheit stärkere Auswirkungen haben. Und wir sehen nach dieser deutlichen Korrektur, die wir bei der NVIDIA in den letzten Wochen gesehen haben, wo wir ja zuvor neue All-Time-Health markiert haben. Wir können am besten kurz mal einen Blick auf den Monitor werfen. Da hatten wir ja schon in diesem Jahr, ich glaube, zwei erfolgreiche Trades so weit umgesetzt bei der NVIDIA, die recht gut gelaufen sind, wo wir gute Gewinne auch so weit realisiert haben. Und dann im Anschluss haben wir gesagt, okay, um 1.000 Dollar, da möchten wir erst mal abwarten. Da hatten wir, wie man es auch hier im Chart erkennen kann, mal so einen Korrekturpfeil praktisch in dem Chart so weit festgehalten, wenn die NVIDIA-Aktie wieder mal ein bisschen kräftiger korrigieren wird, dass wir dann möglicherweise auch gute Einstiege suchen. Das haben wir dann diesbezüglich auch so weit getan. Und die NVIDIA notiert jetzt aktuell in der Nähe ihrer Rekordhöchststände, also um knapp 953 US-Dollar. Da sind wir zumindest jetzt vorbörslich. Wir haben gestern wieder 0,6 Prozent zugelegt. Den Tag zuvor sind wir mit knapp 3,5 Prozent aus dem Handel so weit raus. Und wir haben uns entschieden, vor einigen Wochen die NVIDIA so weit zu kaufen. Einfach schon allein aus dem Grund, klar, NVIDIA, das ist das Thema, was uns in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen wird. Also das Thema künstliche Intelligenz, aber auch in Kombination, wo wir gesagt haben, buy the rumors, also vorher so ein bisschen die Gerüchteküche zu kaufen. Wo der Kurs möglicherweise dann nochmal Richtung Rekordhöchststände rangeführt wird. Und da befinden wir uns jetzt auch gerade aktuell. Und das Zertifikat, was wir auch damals besprochen haben, was wir auch bereits gekauft haben, das liegt jetzt bereits knapp mit 49 Prozent im Plus. Da sind wir auch recht zufrieden mit der positiven Entwicklung. Was aber jetzt die Analystenerwartungen betreffen, da müssen wir natürlich abwarten. Das kann man recht schwer beurteilen. Wir haben es ja auch in den letzten Zahlen gesehen. Umsatz und Gewinn waren wirklich hervorragend gewesen. Auch der Ausblick war super gut gewesen. Aber daraufhin ist die Aktie dann dennoch erstmal wieder deutlich korrigiert. Bei den Zahlen zuvor hatten wir das Gleiche. Guter Umsatz, guter Gewinn mit einem guten Ausblick. Da ist die Aktie praktisch deutlich rausgelaufen. Und zwar mit einer oder konnte von der Marktkapitalisierung, ich glaube meines Erachtens nach, knapp 230 oder 260 Milliarden soweit zulegen. Das war also mit der kräftigste Zugewinn überhaupt eines börsennotierten Unternehmens. Und von daher bleibt es jetzt erstmal abzuwarten. Also ich glaube schon, dass die Chancen recht gut sind, dass wir die 1000-Dollar-Marke rausnehmen werden. Ob das jetzt mit den Zahlen passieren wird oder erst nach den Zahlen, bleibt erstmal abzuwarten. Bleibt ihr jetzt drin vor den Zahlen? Habt ihr euch schon besprochen, was ihr machen werdet? Also wir sind da tatsächlich so ein bisschen, ja ich sag mal, stets klar im Austausch. Aber wir denken schon, dass die Nvidia recht gute Chancen hat, auch nach den Zahlen oder mit den Zahlen, dass wir die 1000-Dollar-Marke rausnehmen werden. Wir sehen da jetzt auch gar keinen Anlass, irgendwie aus der Position auszusteigen. Warum? Ja, wenn das Thema ja noch vollkommen intakt ist und letztendlich auch noch weiterhin mit starken Wachstumsraten verbunden ist. Wir sehen es bei den Bruttomargen bei Nvidia und sowohl auch bei den Nettogewinnmargen, die wirklich enorm sind bei Nvidia und die Nachfrage nach wie vor ungebremst ist. Also von daher gibt es da keinen Anlass aktuell aus der Position auszusteigen, auch wenn wir vielleicht mal ein bisschen korrigieren oder doch die Anleger die Zahlen schlecht aufnehmen werden. Mittel- und langfristig gesehen stellt sich die Frage nicht, ob wir die 1000-Dollar-Marke rausnehmen. So ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Glaubt ihr nicht auch, Andreas, dass der Hype jetzt auch gerade wieder ein bisschen angefacht wurde? Was heißt der Hype, der KI-Hype ist ja sowieso vorhanden, dass es wieder ein bisschen angefacht wurde jetzt durch die Präsentation von OpenAI und halt auch von Google, was die Entwicklerkonferenz dort betrifft, dass immer neue Features für diese künstlichen Intelligenzassistenten sind, das ja momentan noch vorgestellt wurden, dass das auch eine positive Auswirkung auf die Nvidia haben wird? Ja, sicher hat das positive Auswirkung. Aber wir haben ja auch gestern eine Nachricht bekommen, dass Amazon seine Bestellung für den neuesten Chip erstmal nach hinten gestellt hat, weil sie noch den ganz neuen haben wollen. Also sie haben gesagt, sie warten noch ein bisschen ab, bis Nvidia dann den ganz, ganz neuen Chip hat. Das natürlich an Nvidia erinnert mich so ein bisschen an FC Bayern München, muss ich sagen. Also man hat so zehn Meisterschaften hintereinander und das wird bei Nvidia auch der Fall sein, wir sind ja erst bei der zweiten oder dritten, weil sie momentan noch keine Konkurrenz haben. Das ist also, oder Frühphase, Microsoft zum Beispiel mit dem Betriebssystem, so ungefähr ist es mit Nvidia auch. Die haben aktuell keine große Konkurrenz. Wir können auch nicht erwarten von den Zahlen, dass wir da jetzt eine Gewinnwarnung bekommen. Wir können höchstens erwarten, dass die Erwartungen zu hoch sind und dass das deshalb mal ein kleiner Rücksetzer erfolgt. Dasselbe hatten wir aber doch bei der Netflix auch gehabt. Wir hatten dann auch einen Rücksetzer. Im Ende sind wir jetzt höher als vorher. Da brauchst du dann halt drei, vier Wochen mehr. Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das diesmal auch so sein wird, dass wir hier einen großen Rücksetzer sehen. Aber vielleicht ist die Erwartungshaltung einfach zu beiden Seiten zu hoch. Das kann auch sein, dass es überhaupt gar keine große Bewegung gibt. Und erst im Nachgang, vielleicht zwei, drei Tage nachher, sich irgendwann anfängt zu laufen. Also man muss bei solchen Events, wo alle da draufstarren, da immer drüber nachdenken, wie könnten mögliche Bewegungen ablaufen. Was aber das Fundamentale angeht, das haben wir ja auch schon gerade gesagt, sehe ich da überhaupt gar keine großartigen Veränderungen zum Negativen hin. Von der Situation her bleibt die Aktie weiter ankauft und bleibt sie auch interessant. Also mittelfristig und alles, was kurzfristig, sollte man da halt und aus meiner Sicht nicht unbedingt zu hoch gewichten. Ihr habt ja auch einen nicht allzu hohen Hebel halt gewählt. Das heißt, ihr könntet halt auch eine prozentual starke Veränderung in der Aktie halt mit dem Zertifikat auch noch gut überstehen. Ganz genau. Also wir blenden am besten das Ganze noch mal an. Also wir bleiben auch weiterhin posiziert. Ist natürlich keine Anlageberatung, auch keine Kaufempfehlung. Das ist die Wertpapierkennnummer Martha Emil 3, Konrad Paula Bertha. Man sieht es hier auch recht gut. Der Hebel 1,84. Für die Zuschauer, die vielleicht da noch keine Berührung haben. Das bedeutet, wenn die Aktie 1% zulegt, dann macht das Zertifikat 1,84%. Und wie man das so ein bisschen ausbalancieren kann, ist natürlich eine gesunde Positionsgröße zu nehmen. Wir sind auch mit unserem Märkte- und Trendsdepot roundabout knapp mit 70% im Plus seit November 2023. Das läuft also alles weiterhin nach Plan. Also wir sind da wirklich sehr zufrieden mit der ganzen Entwicklung. Und bei der Nvidia, da werden wir mal ausnahmsweise tatsächlich, wo wir sagen, okay, ist zwar spekulativ in der Hinsicht, was die Zahlen betreffen, gar keine Frage. Aber dadurch, dass wir recht gute Ergebnisse soweit erzielt haben und auch die letzten Trades doch alle recht gut gelaufen sind oder die, ich sage mal, ein Großteil der Aktien, ich glaube, die Trefferquote liegt so im Moment, das müssten wir mal genauer uns anschauen, aber ich denke, wir liegen so ungefähr bei 85%, wo wir sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal in Kauf bei dem Zertifikat, dass wir da einfach positioniert bleiben, weil einfach die Chance doch recht hoch ist, dass wieder Nvidia die Zahlen toppen könnte und auch gerade den Ausblick eventuell nochmal ein bisschen deutlich anheben könnte. und dass wir dann die 1.000-Dollar-Marke auch gerne mit dabei sein wollen, wenn wir tatsächlich die 1.000-Dollar überbieten. Weil, Andreas hat ja gesagt, die 1.000-Dollar werden wir wahrscheinlich nicht sehen in diesem Monat. Wenn wir die sehen, dann sind wir auch wenigstens positioniert und hätten letztendlich dann auch ein bisschen Fun-Faktor mit dabei, wo wir sagen, ja, dann waren wir auch bei der 1.000-Dollar tatsächlich mit dabei gewesen. Sami hat das gerade schon erwähnt gehabt, das Märkte- und Trends-Depot befindet sich momentan auf einem All-Time-High, nicht nur die Nestec 100, sondern halt auch das Märkte- und Trends-Depot. Mit einer Gesamtperformance seit November letzten Jahres sind wir bei knapp 70%. Wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt, registriert euch bei uns auf der Webseite heavytraders.live, tragt euch in den Newsletter ein, dann bekommt ihr weitere Informationen auch natürlich zu dem Depot und der Depotentwicklung von Märkte und Trends. Jetzt kommen wir aber nochmal zur Tesla, sagen wir mit Andreas. Und zwar, die hat auch nochmal einen ordentlichen Sprung gestern Abend halt gemacht. Wie seht ihr die Tesla momentan? Wie entwickelt sich der Wert allgemein? Aber halt auch, wie seht ihr die Thematik rund um Elon Musk? Klar, er hat jetzt mal wieder ein bisschen geliefert gehabt, auch gerade was die China-Reise halt betrifft. Die Integration von den Karten von Baidu mit in das System, damit sie halt auch das autonome Fahren in China vorantreiben können. Aber jetzt ist mal wieder so ein bisschen, die Aktionäre sind ein bisschen unzufrieden, auch gerade, weil es dort um ein etwas sehr, sehr üppiges Gehaltspaket geht. Ja, also Tesla kann man ganz kurz sagen, seit dem Jahresanfang eine sehr starke Enttäuschung, die Aktie, weil sie erst mal sich halbiert hat von 260 auf 130 Dollar. Das hatten wir bis Mitte April bzw. Anfang Mai geschafft. Seitdem ist die Aktie wieder erwacht. Und alles, was vorher negativ interpretiert worden ist, ist jetzt positiv. Wenn ich mir einen Großteil der Automobilaktien anschaue, die sehen ja nicht gerade so gut aus. Aber der Lohnstam-Star, auch gestern zum Beispiel, war die Tesla-Aktie. Warum? Weil das Thema bei Tesla ist zum ersten Mal Kostenkontrolle. Das heißt also, Margen wieder erhöhen. Man hat sehr viel bei Tesla dafür bisher getan. Und ein Thema davon wäre natürlich die Gehaltskontrolle, logischerweise auch vom Chef. Wir haben ein Zertifikat ja laufen. Das ist jetzt bereits 11% plus. Das seht ihr jetzt die UK7, U3K. Hebel 1,97 und die Knockout-Schwelle ist 91,75. Kleine Position, wie immer kleiner Hebel. Das heißt, wir lassen uns natürlich die Position hier oder die Möglichkeit, offen die Position noch zu erhöhen. Wie wir jetzt im Chart auch sehen können, das Ziel läge ja jetzt erst mal bei 200 Dollar. Dem sind wir gestern mit einem Plus von 6% sehr nahe, also einen Schritt näher gekommen. Nicht sehr nahe, sondern einen Schritt näher gekommen. Was wir jetzt vorbörsig sehen, ist erst mal so ein bisschen ausatmen. Denn 6%, das kam auch sehr schnell zustande. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir diese 200 Dollar relativ zügig sehen werden. Und dann werden wir uns neu justieren. Genau. Und einer der zusätzlichen Treiber, das muss man auch mit erwähnen, wir haben auch die Verkaufszahlen von NIO bekommen. Wir haben auch die Verkaufszahlen gestern von Xpeng bekommen, also Xpeng, die auf jeden Fall die Zahlen doch deutlich toppen konnten. Und das ist natürlich mit so ein mögliches Indiz, dass Tesla durchaus auch hier in China, und China ist natürlich auch ein Markt, der sehr, sehr schwer von allen Seiten befeuert wird und auch die Gewinnmargen gar nicht so hoch sind. Deswegen versuchen natürlich auch einige Wettbewerber aus China in Europa eher stärker Fuß zu fassen. Da gehört zum Beispiel auch die BYD mit dazu. Aber nichtsdestotrotz die Zahlen, die wir jetzt bekommen haben, die Verkaufszahlen von NIO und von Xpeng und vor allem aber auch von Xiaomi, die ja auch mit ihrem Modell auf den Markt gekommen sind und entsprechend auch hohe Nachfrage diesbezüglich bekommen haben, dass Tesla wohl möglicherweise, und das ist das, was Andreas auch gesagt hat, wir haben schon vieles bereits jetzt in dieser Korrektur mit beinhaltet, also an Kursabschlägen, dass letztendlich an sich alles nur noch eigentlich gut sein könnte, wenn sich die Situation nicht deutlich verschlimmert. Und das, was Elon Musk tatsächlich gut gemeistert hat, ist, dass er nach China geflogen ist und vor allem aber auch Gespräche gesucht hat mit potenziellen Gesprächspartnern, ob das jetzt Baidu ist, was die Kartenauslesungen betreffen oder auch die Navigationssysteme in Tesla mit einzubinden, aber auch natürlich mit Batterieherstellern, die ebenfalls mit China gesucht werden und Tesla auch in diesem Zusammenhang ja einen Zulieferer hat, was Batterien betreffen, das ist nämlich die BYD, die ebenfalls auch Batterien nach, also Standort Berlin soweit verschickt. Also von daher sieht man schon tatsächlich, okay, das könnte durchaus sein, dass China wieder so ein bisschen leicht die Wirtschaft ankurbelt, dass die Verkaufszahlen etwas wieder anziehen und was das Europageschäft betrifft, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich sage mal, ist auch die Tendenz steigend, aber durchaus noch einiges an Potenzial vorhanden und deswegen sehen wir bei der Tesla auch hier, dass wir eventuell sogar vielleicht noch etwas nachkaufen. Die Wertpapierkennummer Ulrich Konrad 7, Ulrich 3K, da sind wir bereits mit 11 Prozent im Plus. Wir sind da jetzt erstmal positioniert, sind aber nicht abgeneigt, eventuell auch weiter stärker zuzukaufen, wenn der Aktienkurs deutlich anzieht. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden und wir wollten natürlich auch nochmal die Frage an die Zuschauer hier beim Aktionär stellen, was erwartet ihr von der Nvidia heute Abend und wie seht ihr auch aktuell die Tesla mit der Thematik rund um Elon Musk und die aktuellen Entwicklungen. Von daher würden wir uns auch über einen Kommentar hier unter dem Video freuen. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Um 14.15 Uhr geht es weiter auf unserer Webseite heavytraders.live. Dort könnt ihr euch kostenfrei registrieren, sieben Tage lang den vollen Einblick in alles haben, ins Märkte- und Trends-Depot, in die weiteren Services, die wir halt anbieten. Von daher registriert euch kostenfrei auf unserer Webseite. Und heute um 14.15 Uhr gibt es im Livestream auf unserer Webseite Märkte- und Trends Teil 2. Dort werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf die hier soeben besprochenen Werte, aber natürlich auch nochmal auf die Netflix, Microsoft und die Alibaba. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr um 14.15 Uhr bei uns mit dabei seid. Und wir freuen uns auf euch. Bis später. Bis später.